ja leute und damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen shop video und wir gehen direkt auf den shop denn der ist gleich auch schon da in zwei sekunden noch und dann mal schauen was heute so reinkommt in letzter zeit echt sehr viel neues wir sind ja auch schon direkt bei den täglichen sachen und ich glaube ich sehe was seltenes und hier drüber das ordenpaket von gestern noch geblieben und hier sind die normalen vorgestellten sachen zuri ist die neu ich bin mir gerade gar nicht sicher scheinbar aber schon also wieder was neues und so gesehen eigentlich auch wieder ein kleines paket denn hier gibt es halt ein skin mit ladebildschirm und ich denke auch mit rücken accessoire ok da fangen wir auch direkt damit an also hier zuri neu am start und hier gibt es noch rücken accessoire und ladebildschirm also ein kleines skin paket und der skin an sich ist ganz ok aktuell wirklich sehr viel neue sachen und dieser skin ist dann jetzt am start auch hier noch mal mit einer hacke die wirklich nice aussieht so ein bisschen ich sag mal dampf oder rauch drumherum das sieht schon ganz cool aus zwei neue sachen hier am start und ich muss sagen das sieht okay aus money daneben noch mal zurück mit diesen stilen auch relativ oft am start mit der hacke und die hacke kann man auch als rücken accessoire benutzen ansonsten mario skin am start hier kamen die farben noch mal so umkehren sondern sonst noch so wie gesagt ordnenpaket von gestern noch geblieben und ansonsten tägliche sachen bis schütze noch mal zurück komplett schwarzer skin gibt es ja auch als männliche variante dann matchball skin am start sollte beides nur so monatär sein macarena ist echt cool mit der musik cool ikon rei tanz und dann gibt es hier doppelgold und ich glaube das könnte auf jeden fall selten sein glaube ich guck gleich mal nach und da gibt es noch k also keine ahnung der weißheit gar nicht was abgeht und dann gibt es noch schere steinpapier und ich guck mal ob irgendwas seltenes bei ist und das im mod wollte gerade auf jeden fall nicht abspielen aber auch das im mod sollte jeder kennen schere steinpapier halt so und ich guck mal schnell nach ob irgendwas seltenes da ist okay ich kann es mir auch schon denken doppelgold ist 644 tage her okay das ist auf jeden fall krass über 600 tage mal wieder der rest halt hier auch nur im monat nix besonderes und oben die sachen sind halt noch geblieben und das zeug ist halt hier neu ganz cooler shop